Mein Name ist Sascha Rabe und es gibt ja Menschen, die so eng mit dem Unternehmen verbunden sind. Es gab auch mal einen Finanzdienstleister, da haben sich die Menschen den Namen des Unternehmens oder des Unternehmens auf die Haut tätowieren lassen. Also so etwas gibt es tatsächlich. Ich empfehle das nicht zu tun. Ich finde den Vorstand, das Management unseres Unternehmens großartig. Die machen einen exzellenten Job, das ist der beste Vorstand, den ich in meinem 27-jährigen Leben erlebt habe. Dennoch verändern sich Dinge über die Zeit und wichtig ist, dass man nicht auf das Unternehmen guckt, sondern auf die Menschen. Und es gibt ja einige Unternehmen, die sind vom Markt verschwunden haben, I, AWD und so weiter und so fort und aufgekauft wurden, Tekis, Horbach oder ähnliches. Und an der Stelle ganz wichtig, sei mit den Menschen und häng dich nicht aneinander.